Lieder vom Kommen und Gehen heißt das neue Programm von Paul Bartsch und Bent, welches er am vergangenen Sonntag in Eisleben spielte. Im Rahmen der Sonderausstellung »Raus mit der Sprache«, welche in Luthers Sterbehaus zu sehen ist, war dieses Konzert ursprünglich auch für den Museumshof vorgesehen. Aufgrund der unsicheren Wetterlage entschieden sich die Veranstalter jedoch, den Spielort in die Petri-Pauli-Kirche zu verlegen. Dass Bartsch als studierter Musikpädagoge und promovierter Literaturwissenschaftler mit seinen Liedern perfekt in diese Thematik passte, zeigte bereits sein erstes Lied »Sehnsucht«, in dem es um Träume, Gefühle, Unruhe und Freiheit geht. Ich kenne deinen Vogel, der sitzt in meiner Haus. Ich nenne ihn die Sehnsucht, manchmal noch die Lüste. Ich kenne deinen Vogel, der sitzt im Knochenhaus, und spürst auch du die Füge schnell, dann lass mich einfach tragen und fliege los. Einziger negativer Beigeschmack der wunderschönen Petri-Kirche ist leider die Akustik, die sich für ein Konzert absolut nicht eignet. So wurde bereits nach dem zweiten Lied »Kritik laut« die Texte kaum verstehen zu können. Die Musiker versuchten zwar ihr Möglichstes, indem Schlagzeug und Bass etwas zurückgenommen wurden, aber für die Besucher wird das Konzert aufgrund des Halls und Schalls wohl nicht als musikalischer Genuss im Gedächtnis bleiben. Ich kenne doch mal einen Vogel, der sagt mir, stell dich hin und erzähl den Leuten, wie ich so in ihnen bin. Da gut, da steh ich an, da flatterte ich noch hinten auf und reiß ich meinen Mund auf, dann bricht der kleine Vogel auf. Dann bricht der kleine Vogel auf, dann bricht der kleine Vogel auf. Applaus 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 Vielen Dank.